Go! Go! So, und damit herzlich willkommen zur 17. Show von RR SDS, Rekrum sucht den Star. Vielen Dank, dass heute so zahlreich erschienen seid. Ich hatte mit weniger gerechnet, aber jetzt sind ja doch zwei Plätze belegt. Eigentlich auch nicht, aber am Anfang kann ich euch schon mal sagen, jeder Anfang ist schwer und wir sind schließlich ein Team, soll ein anderer machen. Nämlich wie zum Beispiel rechts zu mir der Micha und der Micha 2, das ist der Sonic. Jetzt ist mein Mikrofon gerade verschwindet. Und heute am technischen Pult ist DJ Testschmerz. Wir haben unten die Schrift noch nicht geändert, weil wir haben kein Geld. Das müssen wir uns erst im deutschen Chat rumholen. Bevor es aber losgeht, kann uns Micha schon mal die Sicherheitshinweise erklären für den heutigen Abend. Und danach stelle ich euch die Gäste vor. Also, wir haben zunächst hier eine für euch nicht sichtbare Wand installiert. Das heißt, solltet ihr irgendwie versuchen, auf die Bühne drauf zu kommen, Ärger zu machen, dann werdet ihr von der Wand weggespawn in eine weigende Entfernung und dauert nicht weile, bis ihr wieder hinlässt. Solltet ihr weiterhin Ärger machen, bin ich, wie ihr seht, mit einer Waffe ausgerüstet. Gieß ich euch damit ab, werdet ihr unter Umständen Gas aus der Show fliegen und ihr kommt euch wieder rein. So, nachdem wir mein Mikro wieder runtergeschmissen haben, darf ich auch den Stargast des heutigen Amts nach vorne bitten. Und der Stargast heißt Teguki. Einen großen Applaus für Teguki. So, jetzt darfst du mal deine Frage stellen, bevor der Direktor Ehrlich da oben wieder reinjoint. Welche Frage hast du denn? Herr Vorrang, wunderbar. Soll ich vielleicht darauf mal eingehen? Dort ist dein Beerdigungstopf da unten und den kannst du dir dann auf den Kopf setzen. Dann darfst du wieder auf deinen Platz gehen und warten bis der Tod und Scheinleiter. In dem Sinne, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Und Stopp!